Ja, eigentlich suche ich nach einem Hasardeur namens Adoi. Adoi? Das bin ich. Ja, ich bin Adoi. Warum sucht ihr mich auf? Wisst ihr, unsere Nera hier hat leichte Schwierigkeiten mit ihren Zaubern. Nera hier... Nera praktiziert ebenfalls unbändige Magie. Sie hegt die Hoffnung, dass sie ihr helfen könnt, diese besser zu kontrollieren. Fragt nicht mich, das war alles Neras Idee. Nehmen wir die Eins. Stimmt. Ich hoffte, ihr könntet mir mehr über unbändige Magie beibringen und wie man sie kontrolliert. Ist das so? Nun, ich fürchte, ich bin nicht gerade ein gutes Vorbild, wenn es darum geht, unbändige Magie zu kontrollieren. Ich schätze, dass niemand das kann. Es wäre ja keine unbändige Magie mehr, wenn man sie bändigen könnte, nicht wahr? Wollt ihr damit sagen, wir sind den weiten Weg umsonst gekommen? Natürlich seid ihr das nicht. Euch wurde gerade die große Ehre zuteil, Vagriviak kennenzulernen. Den goblinischen Gott der Kooperation und des Territoriums. Ihr habt die Goblins davon überzeugt, dass ihr ein Gott seid? Das ist lustig. Ihr seht nicht gerade wie ein Goblin aus. Was für eine großartige Gaunerei. Wie kann ich dabei mitmachen? Glaubt mir, das würdet ihr nicht wollen. All dies gehört zum großen Wunder der unbändigen Magie. Man muss eben jederzeit für das Unerwartete bereit sein. Glaubt mir, er scherzt nicht. Der Ärger begann erst so richtig, als der Hobgoblin aufgetaucht ist, um zu untersuchen, woher die Goblins kamen. Rockdok glaubte nicht für eine Sekunde, dass ich ein Gott sei. Aber da die Goblins es glaubten, wagte er nicht, mich anzugreifen. Stattdessen sperrte er mich ein. Solange ich mich in seiner Obhut befand, konnte er die Goblins beherrschen. Okay. Oh. Spiel. 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 Ihr werdet feststellen, dass ich mich nicht leichtfertig irgendwelchen Tests unterziehe. Schon gar nicht denen der roten Magier. Und ich habe nicht mal die Schule abgeschlossen. Also auch bei mir keine Tests. Richtig, Eckart. Teleportet ihr zurück nach Taiwo, wo ihr hergekommen seid. Ihr werdet heute keine Hassertüre fangen. Das Einzige, was hier getestet wird, ist meine Geduld. Ich habe nicht mehr viel davon, Eckart. Ich schätze, dass wir keinen Probenpromiss erzielen können, oder? Ja, meine Geduld eigentlich. Dann macht euch auf euren Tod gefasst. Nicht solange es in meiner Macht steht, etwas dagegen zu tun. Seht, die Macht der unbändigen Magie. Äh. Adrie hat sich in ein Hühnchen verwandelt. Ja, mein Schatz. Täischer Magier. Täische Leibwache. Wie ihr braucht es? Nur zu fragen. Ein Oga, der auf mich draufhaut, ist keine gute Idee. Ihr habt geläutet? Ich könnte tänse... Aha. Jetzt rennt sich die Lage. Ihr braucht es. Nur zu fragen. Ja. Weiter Männer. Was ist Leib... Das bringt mich bloß. Okay. Ich werde mich in Hand umdrehen. Ihr braucht nur zu fragen. Das habe ich jetzt so nicht erwartet. Jail Calais? Der Schwachkopf hat wieder anbringt. Wie kann ich, wie ihr wünscht? Wie kann ich, wie ihr wünscht? Lasst sie uns ordentlich ver- Äh. Nichts, und dann das Schrauschen mit ihm und alle bist. Meine Milz. Alles wegen des lieben Geldes. Worum geht es diesmal? Ihr habt mir mit Vergnügen. Ja. Ihr braucht nur zu fragen. Wie kann, ihr braucht nur zu fragen. Wenn ihr macht, gebt mir Kraft. Worum geht es diesmal? Das war jetzt nicht... Für euch tue ich alles. Mit Vergnügen. So unbedingt gedacht. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Ah, Mann, Mann, Mann. Gut, die Schätze. Ah, ups. Stab. Krank. Ring. Heiltränke. So. Krank. Ring. Ja? Wie ihr wünscht. Welcher Schwachkopf hat euch hier reingelassen? Spielt keine Rolle. Wenn ihr nur zu... Ähm. Gut. Okay. Rastertschwert Neue Bogen Für Safarana So Können wir hier rasten? Ja, können wir Allerdings taucht dann ein Goblin auf Was auch immer du Ach, noch mehr Pfeile Dürfen wir jetzt mal rasten? Wie kann ich helfen? So, jetzt konnten wir rasten Okay Gehen wir hier rein Ignorieren Adoy erstmal kurz Verstecken Nera mal da hinten Ja, wie ihr wünscht Ja, aber natürlich Schätzchen Wie kann Wie ihr wünscht Für wenn das euer Wunsch ist Worum geht es diesmal? Sänger der Nacht Gebt mir Kraft Ups, jetzt habe ich auch so die zwei Gänge gestärkt Ja, das käme wir alles Ja, das käme wir alles Nehmen wir mal das Nehmen wir mal das Ja, ihr braucht nur zu fragen Also das ist echt Wie kann ich helfen? Gyo, bau, scho, bae Gyo, bau, scho, bae Gyo, bau, scho, bae So, jetzt kommt die Frage wieder. Die Dunkelheit herrschen. Was ist es diesmal? Wie kann ich helfen? Die Dunkelheit herrschen. Die Dunkelheit herrschen. Die Dunkelheit herrschen. Wie kann ich helfen? So, hab ich noch was? Nein. Bringt mich bloß zu einem Zug. Ihr braucht nur zu fragen. Mr. Seidank, endlich kommt jemand um mich hier raus. Das stimmt. Natürlich seid ihr das glaubt. All klar. Und ich hab nicht mal die Schule abgeschlossen. Dann macht nicht so lange es in meiner Macht steht. Etwas dagegen zu tun. Sagt ein. Er macht der unbändigen Magie. Wie ist es? Wie ist es? Was ist das? Ganz ehrlich. Ja. Es ist möglich. Ich hab kein Bock zu reden. Sagt an. Sagt an. Schert. Sei Kales. Die Macht der unbändigen Magie. Wo ihr braucht nur zu fragen. So. Der erste ist schon mal ausgeschalten. Und schon wieder ein Treffer gegen Nira und sie ist tot. Wie ihr wünscht. Mr. Seidank, endlich kommt er da. Das. Das stimmt. Ich wollte. Natürlich seid ihr das nicht. Glaubt. All die. Der erste. All die. All die. All die. All die. All die. Und ich hab nicht mal die Schule abgeschlossen. Dann macht nicht so lange es in meiner Macht steht, etwas dagegen zu tun. Seht. Die Macht der unbändigen Magie. Und. Ich hab nicht mal die Schule geschlossen. Ich hab nicht. Dann macht alle. Das muss tanken. Kann ich. Oh. Dass du gibst. Ich bin. Was? Das geht. Das. Die Macht. Was? Die Macht. Ciao. Was? Als Buss. Das war das. Das ist das. Dorf. Und da bin ich gestorben.